Ich bin Judith Zünkler und hier gehört die aktive Praxis, aktive Praxis, weil ich dort Therapie und Smoothie unter einen Hut bringe. Zum einen helfe ich Menschen wieder mit Schwung in die Leichtigkeit des Lebens, in die Leichtigkeit des Alltags zu kommen. Und das mit dem Schwung, das mache ich mit diesen grünen Ringen, den Smoothies. Und hier kann man wirklich mit Schwung wieder vorwärts kommen. Und ich verbinde diese beiden Themen, nämlich mit Leichtigkeit, auf dem therapeutischen Wege mit Leichtigkeit in den Alltag wieder zu kommen, indem ich kleine Tools den Menschen an die Hand gebe und damit sie, wenn sie mal sich raufdrehen, ganz schnell wieder runterkommen und sofort erkennen, wann sie zum Beispiel an ihre Belastungsgrenze oder in ihre Wutschraube reinkommen. Und dazu nutzen wir auch die Smoothies. Ich verbinde Smoothie und Therapie und das ist ein einmaliges Konzept. Das biete ich zum einen an in Workshops für Firmen, aber auch im Einzelcoaching. Und ich mache Training mit diesen grünen Ringen und baue ein Trainernetzwerk auf. Das biete ich zum einen in Workshops für Firmen, aber auch im Einzelnen Ringen, 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 aber auch im Einzelnen Ringen. Das biete ich zum einen in Workshops für Firmen, aber auch im Einzelnen Ringen, aber auch im Einzelnen Ringen, aber auch im Einzelnen Ringen, aber auch im Einzelnen Ringen. Das biete ich zum einen in Workshops für Firmen, aber auch im Einzelnen Ringen.